Was ist das Deutsche Gesundheitssystem? Das Deutsche Gesundheitssystem hat eine Besonderheit gegenüber fast allen Systemen, die es international gibt, nämlich die Betroffenen, also die Versicherten, die in dem System drin sind, bestimmen selber über das System. Das ist ein Selbstverwaltungssystem, das heißt, die Versicherten wählen, wer sie vertritt in diesem System, wer letztendlich den Vorstand wählt, was für Themen besetzt werden sollen, was bezahlt werden soll. Das ist wirklich ein sehr urdemokratisches System, zumindest bei den meisten Kassenarten, die eine wirkliche Wahl durchführen. Das heißt, hier haben wir im Gegensatz zu fast allen anderen Systemen, auch zu anderen staatlichen Systemen in Deutschland, eben kein rein staatliches System, sondern die Versicherten sind selbst beteiligt. Sie wählen selbst ihre Vertreter, sie wählen selbst, welche Leistungen sie haben wollen und sie können unmittelbar auf den Leistungskatalog Einfluss nehmen. Es gibt ja den Begriff der Friedenswahl. Friedenswahl bedeutet, es wird gar nicht gewählt, sondern es wird bestimmt. Deswegen finde ich den Begriff Friedenswahl eigentlich schon mild erheiternd, weil, wie gesagt, es wird gar nicht gewählt. Wir sind große Vertreter davon zu sagen, es muss wirklich gewählt werden. Denn nur wenn wirklich gewählt wird, hat auch der Versicherte den Einfluss auf die Krankenkasse und dann kann er sagen, seine Interessen werden dort vertreten. Wenn es über bestimmte Interessen, Gruppen, Verbände, Gewerkschaften gemacht wird, ist es unserer Ansicht nach keine wirkliche Wahl. Wir würden dafür plädieren, dass wirklich überall gewählt wird. Absolut. Wenn wir sagen, wir stehen als Unternehmen, bedeutet das ja nicht, dass wir ein gewinnorientiertes Unternehmen sind, sondern wenn wir Gewinn erzeugen, dann kommt das eins zu eins den Versicherten zugute. Es gibt ja keinen Überschuss, wir haben keine Aktionäre, die wir irgendwo bedienen, geht nicht in Vorstandsgehälter, sondern das Geld, was wir erzeugen, wenn wir Überschuss erzeugen, landet eins zu eins in der Versorgung des Versicherten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, wir müssen arbeiten wie ein Unternehmen. Wir können nicht sagen, wir sind eine Behörde und irgendwie staatlich vor Ort, aber wir würden es schon irgendwie akzeptieren müssen, sondern wir müssen sagen, wir müssen wie ein Unternehmen arbeiten. Wir sind im Wettbewerb mit anderen Krankenkassen. Wir wollen anderen Krankenkassen die Versicherten wegnehmen. Wir wollen zeigen, dass wir die bessere Krankenkasse sind. Das sind klassische Instrumente eines Unternehmens, eines Wettbewerbs. Aber unser Ziel ist eben nicht, Gewinne zu erzeugen, sondern unser Ziel ist, möglichst gute Versorgung für den Versicherten zu überzeugen. Das heißt, es funktioniert sehr gut, dass man im Ziel ein Selbstverwaltungsziel hat, ein übergeordnetes Ziel, aber in den Mitteln unternehmerische Mittel einsetzt. Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass Versicherte sich wirklich an Sozialwahlen beteiligen. Denn man muss es so sagen, die Vertreter der Sozialwahlen, die gewählt werden, bestimmen ja letztendlich über das, was ich an Leistungskatalog bekomme. Dass die bestimmen, wie ist der Beitragssatz der Krankenkasse, wer ist der Vorstand der Krankenkasse, was für Leistungen bekomme ich. Deswegen mein Plädoyer an der Stelle sehr ausgeprägt. Bitte jeder soll sich an dieser Wahl beteiligen. Die Schwierigkeit ist natürlich heute, es kommt dieser dicke Bogen, man kennt die Leute nicht, man weiß gar nicht, was man wählen soll. Heutzutage ist es aber kein Problem, sich die Informationen zu holen. Jeder hat sein Internet zu Hause und kann mal schauen, für was stehen die verschiedenen Beteiligten. Und deswegen unser Plädoyer an alle Versicherten, informieren Sie sich, schauen Sie sich an, was sozusagen die verschiedenen Vertreter an Positionen haben und beteiligen Sie sich an der Sozialwahl.